Komm, dein Spino geflogen. Er hat nicht mal Fallschaden gekriegt. War? Ich bin auf dir gelandet und er hat nicht mal Fallschaden gekriegt. Hab ich dich aufgefangen? Guck mal, wie lieb ich bin. So weit kannst du, Jack? Ich hab ein Spino gefangen. Das war so ein ungewolltes. Ich bin nicht weggekommen. Achso, bist ja nicht so schnell. Ich hab keinen Laufspino. Ich find den so genial, immer noch. Ich liebe den Spino. Ich hab auch einen anderen Server dafür, zwei solche. Hättest du ja mal einen zweiten nehmen können. Ich hab ja auch noch einen zweiten solchen schnellen. Hast du ja nichts gesagt. Hast du ja nicht gefragt. Jetzt merkst du den Fehler. Manja! Was denn? Hab ich schon große Tehege und stehen sich noch alle im Weg. Hast du jetzt zu viel oder zu wenig Gehege? Eins von beiden. Na, die müssen ja alle etwas dichter am Tresor stehen, wenn sie ausgelieert werden sollten. Achso, jetzt sollen sie. Muss nicht um wenig zahlen. Na, die rollige Ratte soll ausgelieert werden. Aber irgendwie wird die gerade nicht ausgelieert. Muss ich nicht verstehen, warum. Eigentlich hast du da... ...hier nach oben. Ah, jetzt hat sie von uns gut. Hat ein bisschen gedauert. Bist du da? Kommst du klar? Brauchst du Hilfe? Ja, klar komme ich schon, aber ich finde dich gerade nicht. Da sehe ich dich schon wieder. Ja, du warst vorhin noch vor mir, aber vorhin warst du weg. Ich muss dich noch ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit drehen. Wen halb ich denn hier eigentlich? Den rasenden Furz. Genau. Dann passt's ja. Schnapp. Das ist halt besser. Über 600 Schaden zu machen anstelle von 160. Äh, ich habe auch nicht so viel Schaden. So. Mit wem? Gerade noch 200. Mit Wadsameken am besten Fasern. Mit dem Affen. Achso. Mit dem Bären auch. Ja, stimmt. Mit dem Bären. Hörst du auf zu spielen? Kommst du endlich? Ne, der braucht doch Level. Ups. Auf den Dodo getreten. Hihihi. Finde ich immer so genial. Quack, quack. Tot. Ups. Das ist aber blöd. Jetzt haben wir nicht einmal den Medboost. Stimmt. Wird mir gerade so hören. Stimmt. Kack doch später. Bist du denn? Möcht auch. Wie geht auch so aus Dauer? Oh, no, no, no. Also brumpe ich, wie dich zue ich denn noch kommen, dass ich mit auf den Sattel schwingen kann, ey. Ja, muss bis ran. Schlimm mit ihm. Ja, der möchte kuscheln. Du müsstest den Kuschelbären erlangen. Stimmt. Ein Mäh. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete, Tete, Tete. Wir sind nicht bei Weihnachten. Eine Wau, Wau, Wau. Okay, es wird alles gut. Ja, da gibt es ein Lied. Nimm das, nimm das, nimm das hinter dir. Sammelt der mehr, wenn ich das mit C mache, äh, mit der rechten Maustaste mache, oder? Musst du mal testen. Mit einem Schlag sammelst du mehr Bären und solches Zeug, glaube ich, und mit dem anderen, das andere. Mit der rechten tust du mehr die Fasern. Okay. Dann läuft es dann auf einmal schneller. Ach, das ist dieser Charge, wa? Mhm. Jetzt. Wir sind bei euch los. Hi und hallora. Irgendwas tut ihm nicht gut. Das sind die blauen Pilze hier unten. Diese Pilze. Dann nehmen wir mal weniger von den Pilzen. Einmal Luft geholt. Das ist für ein Level ein bisschen zu Megalo. Zwölf. Wirklich? Ja. Das finde ich nicht einmal mehr. Deswegen ist er trotzdem nur zwölf. Ich habe noch keinen einzigen Megalo. Ich auch nicht, aber ich habe auch noch keinen hohen gefunden. Und so einen, so einen Lobob möchte ich jetzt auch nicht mitnehmen, weil... Nee. Nur, dass ich eine habe. Ja, nee. Ich habe dich gerade vor mir noch gesehen gehabt. Ich bin jetzt da unten, wo es gleich anfängt zu... Ja, ich sehe gerade einen Drachen und ich bin irgendwo dicht hinter dir dran. Glaube ich nicht. Oh ja, ich habe dich irgendwo vor mir gesehen gehabt. Wann? Ja, jetzt gerade vorhin. Da liegt eine Leiche. Folge der Spur aus Leichen. So. Da steht er ja. Mal schnell umziehen. Da steht er ja. Nicht gucken, ich ziehe mich gerade an. Bäh. So welchen Weg gehen wir diesmal? Ich habe noch nicht gemerkt. Rundherwärts könnte man ja noch finden. Hoffe ich. Ich vertraue dir diesmal. Mach doch so einen Plötzinn nicht. Warte, da ist eine Ziege. Da ist eine Ziege. Wo ist die Ziege? Da ist die Ziege. Level 72. Ich habe mein Ding so oben. Die Ziege ist 72. Kriegst du da schon einen Strahlungsschaden, wo du stehst? Ja. Ja. Dann ist doch. Die hätte ich mal gerne mitgenommen. Ja. Aufmerksam. Meine Ziege ist ja kaputt gegangen. Die hast du ja auch den Dings verfüttert. Ja. Bist du schon wieder? Ach. Ich weiß es nicht. Ich laufe halt weiter. Ach. Ich sehe dich schon. Ich will mit Ziegen spielen. Megalo. Jetzt fehlt ein Spruch von dir. Check. 96. Das hört sich schon besser an. Das ist aber mir noch ein bisschen zu low grad. Ich brauche trotzdem jetzt bald ein Level, dass ich mal ein bisschen was auf Ausdauer beziehungsweise Bewegungsgeschwindigkeit mal tu. Jugendlicher mit ohne Zahn. Wenn man ist ja jugendlich. Also bei 10%. Okay. Bist du da? Oh, die Schlange schaut geil aus. Ja, ich bin irgendwo hinter dir. Gut. Vielleicht geht's nach unten. Gleich. Ja, ich bin irgendwo hinter dir. Irgendwo habe ich dich noch gesehen gehabt. Da bist du ja. Mir ist schon weiter, kenne ich hier den Weg noch. Ja, gell. Oh, hier Kaffee hat man auch da zwischendurch gerade geschrieben gehabt. Das ist immer richtig. Ja. Und Federlight. Nein, wir gehen weiter. Vögelchen. 20. Wenn du so ein cooles Federlight findest du eh nicht nochmal. Nee. Was ist denn jetzt? Wann bin ich jetzt abgemauntet? Sicher? Nee, Pullovria. Nee. Kannst du mal kurz irgendwie mir helfen? Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht weg. So. Habt alles tot. Danke. Irgendwas geht auf mich los gerade. Krieg Schaden. Wir stehen in den Sporen. Lauf weiter. Warte, ich habe gerade Level ab. Du stehst in den Sporen. Warte, ich habe gerade Level ab. Jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich ja nicht mehr drinnen. Also dem ist er ein Drache. Es ist gut, ich drücke ich Level. Kriegst du nicht platt? Mit knapp 200 Schaden, das weiß ich noch nicht. Moment. Er blutet schon. Tot. Wer ist tot? Der Drache. Wenn ich tot gewesen wäre, hätte sich das anders angehört. Scheiße. Ich glaube, da hätte ich mir auch geflucht. Schon wieder. Ein Spino auf dem Gewissen. Ja, wir passen aber das mal mit den Ripper-Pins drauf. Naja. Angel, bist du gerade zu Hause? Ja. Ich schicke dir mal was. Geh mal zum Teleporter. Moment, 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 Moment. Ah ja, du hast ja einen Teleporter mitgenommen. Ah ja, die, 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 die Pinarella. Wir haben hier noch Pinarella stehen. Stimmt ja. Da war ja was. So, ich bin da. Bitteschön. Dankeschön. Dann kann ich mich gleich mal hochhellen. Dann ist sie wieder zu Hause, die Spinarella. Und mal die Naisy-Putz nochmal. Tööööö. Reaper, Reaper. Nicht hyper, hyper. Reaper, Reaper. Ich hab gewusst, dass du das nicht ernst meinst. Erstmal hat er, Schatzi, der hat mein Mistgeber weggezogen. Warte mal kurz. Was hat er weggezogen? Einen Misthaufen? Hast du das gerade verstanden? Ich hab kein Wort wirklich verstanden. Irgendwas mit weggezogen und dann Mist und dann... Einen Misthaufen weggezogen, was? Hm? Dann kann ich meinen Spino noch schnell ein bisschen hochfüttern. So, zu lieben, ich bin wieder zurück. Was hat er dir weggezogen? Meinen Mistkübel. Mistkübel? Ne. Ja. Die kleine Mistkübel, was er neben mir steht. Reaper! Das war kein Scherz, Foxy. Da war einer. Okay. Na, schön, dass du auch mal da bist. Also, ihr müsst definitiv noch an eurer Kommunikation arbeiten. Ja, wenn ich sage Reaper. Ja, ja, der verarscht mich nur. Ja, ja. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Wieso? Sonst hat er mich da unten begleicht. Wieso? Aber sie stirbt gleich. Ja. Die blutet schon wie ein Schwein. Ja. Ich bin doch schon reiß aus. Bleib da, ich bin eh schneller als du. Ja, du schon, ja. Ich hab level 8. Kaputt. Gehauen. Hab ich wenigstens ein Level bekommen. Mhm. Ja, dafür muss ich jetzt erst recht wieder zur Pflanze. Ja, 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 ja. Ne, warte, das heilig so hoch. Das geht noch. Also, Spinarilla einpacken ist ja ein Kraftakt hier, ey. Das ist bei jedem Spino. Ja. Deswegen heißen sie bei Foxy auch Autobus, Omnibus, LKW. Ne, Omnibus war aber deiner. Wie heißen sie, Autobus oder LKW? Da ist noch eine Pflanze. Ja. Irgendwas hohes ist in der Nähe. Glühwölbchen? Schau mal auf das, auf deinen Federlight, was da herumkrabbelt neben dir. Federlight, Federlight. 48. Oh, Spinarilla hat siebenmal Nameless-Gift drinnen. Oh, ne bitte. Kannst gleich mal gucken, wegen Drachen, wegen Babydrachen und so. Kannst du den Glück reinschmeißen. Jo. Und ein paar Perlen, ein bisschen Öl. Kann man alles, YouTube, auch. Ja, mit der bin ich herumspaziert. Und alles, was mir zwischen die Zähne kommt, schnabbeloie ich. Nicht nur du. Mit Zahn, du kriegst jetzt noch ein bisschen Nameless-Gift rein. Ist ein roter Polovia, geil. Was hängst du denn? Ach, an dem Steinchen. Ich hasse Polovias. Ich hasse sie. War das jetzt der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich folge dir halt einfach. War das jetzt nach oben oder nach unten? Na, theoretisch müssten wir irgendwie nach unten. Unten geht's nix weiter. Gibt's nix weiter, ja. Da geht's nix weiter. Da geht nix weiter. Kauf dir die de Deutsch. Tut kosten 1,50. Hat mich auch gehelft. Eine Stunde dreißig und dann möchte mit Zahn irgendwas von dir, Jack. Ja. Vielleicht schaffen wir's bis dahin hier raus. Nee, dann war das doch die falsche Richtung. Ich befürchte es, ja. Oder unten rum. Verdammt, wie sind wir noch mal kamen? Wir sind irgendwo über ein kleines Flüsschen rübergepaddelt. Stimmt. Aber hier war's nicht. Hier ist es zu hoch. Irgendwo. Nee, sind wir nicht auf der anderen Seite, ne? Darüber und dann. Ah. Ja. Folge mich. Ich kenn den Weg nicht. Ach, was knabbert mich jetzt dann? Der rote Polovia. Wenn du so toll fandest. Diese organische Polymer, wo muss denn da drin, dass das nicht auflöst, so wie Deutsch gesagt. Im Gefrierschrank geht's nicht kaputt. Im normalen Gefrierschrank. Also oben drin. Wo ich oben stehen habe. Ganz oben. Okay. Du kannst es im Prinzip auch unten reinhauen, dann geht's halt langsamer kaputt. Aber... Ist es oben. Oben ist es noch besser. Da geht's eigentlich in fünf Jahren eins kaputt oder so ähnlich. Mhm. Da ist der Baden des Bino. Da müssen wir rüber. Ist das Männer? Nee. Da ist Bino. Gib Gas. Ja, ich muss... Wenn man muss, ich muss jetzt warten mit der Ausdauer. Ich geh die schnell hoch. Mhm. 102. Schast das. 102. Es macht 102 Schaden, das Wasser. Uh. So. Ja, kommt wieder Stein. Hier rum und dann rechts. Eventuell. Oder auch nicht. Oder doch. Oder... Keine Ahnung. Und davon ganz viel. Hat jemand eine Ahnung, was man mit diesen... Rockwike-Federn machen kann? Brauchst du ja für einen Gamma- und Beta-Boss. Ach, du Kacke. Hinter mir ist ein Drache. Schön. Er hat pinke Federn und ist schwarz. Schaut aber geil aus. Cool. Was hat der für ein Level? Der... Normalerweise mag ich keinen Pinke, aber der schaut echt cool aus. Können wir eh nicht mitnehmen, also ist Level egal. 40. Ja und? Darf ich nicht fragen, was der für ein Level hat? Der hatte 40. Genau. Faxi war es. Der hat mir in den Hintern gebissen. Ich hatte da von diesen organischen Polymer so viel ja, wo sind das hin, ist das... Ist doch noch nicht alles vergammelt, oder? Das glaube ich kaum. Na, in meiner... In meiner, äh... In der Industrie-Dingsbums da, da waren so viel drin, da ist aber jetzt nichts mehr drin. Oder bin ich blind? Das weiss ich nicht. Vielleicht ist es kaputt gegangen. Wo müssen wir denn hin, Foxi? Na, hier geht es ja überall hoch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir richtig sind. Na doch, wir sind da über den Fluss rüber, wo der Spino Baden war. Ja, das weiß ich. Bis dahin war man richtig, aber jetzt... Ich glaube, wir können da drauf. Na, ich folge dir. Keine gute Idee. Flatsch. So kommen wir zumindest ganz schnell runter, wenn ich dir folge. Das auf jeden Fall. Da ist das erstens gelötet. Ah, dann sind wir doch hier ziemlich richtig. Und dann müssen wir entlang, glaube ich. Ja, da sind wir dann rundherum, so runter, nach unten. Jetzt sind wir richtig. Ach, hier ist er drinnen. Ja! Hat mich ja weh, hier steht, Spätsch. Ich bin abgestiegen, wollte durch den blöden Federleit schauen, was für ein Level der ist. Auf einmal ist ein Polo wieder gekommen. Ja, ich war schnell da. Du hast da was am Arsch. Prima. Sieger. Wo kommt man ein Obsidian nochmal her? Ab dem blauen Gebiet. Dort, wo wir jetzt sind. Zum Beispiel. Okay. Wieso? Für was brauchst du ein Obsidian? Na, um zum Beispiel... Äh... Polymer herzustellen. Dann fress ein paar Krabben, dann hast du Polymer. Mein Spino ganz leicht. Ja. Wenn's ihr das sagt, dann ist es doch leicht, aber für mich nicht so. Oh ja, das schaffst auch du. Du musst dich nur hinstellen und beißen. Genau. Äh. Ich hab ja nur auf dich gewartet, ich hätte ja auch weiterlaufen können. Schau, ich hab 35 Öl drinnen und das sind die Sicker. Ich hatte nämlich den Spino ausgelöhrt gehabt. Und ich hab erfolgreich 0 Öl drin. Schau, ich hab Glück, juhu. Vielleicht hast du das schon irgendwann. Stimmt, du teleportierst ja dann zu meiner Base. So ist es. Ne, wieso? Ah ja, nein, oh ja. Wäuchte ich gar nicht können, wenn jetzt der Teleporter dort steht. Wenn man wieder will. Du teleportierst zu meiner Base. Wieso sollte ich? Weil der Teleporter wahrscheinlich dann eine Fehlfunktion hat und zu meiner Base teleportiert. Ja, du kannst diese Teleporter nämlich auch fernsteuern. Du bist der hinterhält. Du kennst den Check noch immer nicht. Ja doch, deswegen ja. Zwei Drachen. Zwei Drachen. Ich kenn das. Gott, ich nehm Ihren Linken. Ich den Rechten. Ich nehm auch den Linken. Ich nehm beide. Ich mach noch nicht viel Schaden. Oh, der Spinus schaut auch cool aus. Guck dir mal den rechts an. Ja, so schauen meine zwei Spinus auf den anderen selber aus. Blaues Segel. Aber es ist nur 8. Opfer. Jetzt müssen wir da rum, da rum, da rum, da. Rum, da rum, da rum, da. Halt hier rechts weiter, wa? Genau. Wir sind sozusagen in der Spirale gelaufen. Mhm. Der Weg stimmt. Und Öl gab's aber erst ganz unten, war im Wasser. Mhm. Nee. Weil ich würd gern, wenn wir schon mal hier unten sind, dann zumindest noch ein bisschen Öl mitnehmen. Und das hatte ich auch schon gedacht, aber es ist genau unten bei den Nester. Na ja, da wollen wir ja eh hin, oder? Ja, aber da haben wir ja das eine Nest schon am Weg eigentlich gefunden. Also wir waren eigentlich nicht ganz unten. Nee, nee. Ich hätt auch nicht gedacht, dass da schon Nest ist. Das heißt, gar nicht gut, dass da auch schon welche sind. Ja, doch schon. Also von der Struktur her, aber dass da schon Eier spawnen, da hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Okay. So weit oben. Das war auch nur zuvor, dass ich das gesehen hab. Ja. Bist du eigentlich noch da? Ja, ich lauf da den Weg gerade entlang. Okay. Ich, dich, dich seh schon lange nicht mehr. Ich stapf da halt so gemütlich vor mich hin. Drum, drum. Ja. Jetzt find ich ja auch schon den Weg. Ja. Wenn irgendwas ist, schreik schon. Hm, bis ich wieder da bin, bist du tot. Ich fütter mich mal schnell ein bisschen. Ja. Vielen Dank.